Eine der grossen Musikarifäen in unserem Land und Musik im Ländersektor ist der Halsi Straub. Als er 80 geworden ist, haben ihn viele Musiker geirrt und vier Fans haben sich zusammengetan. Wir freuen uns jetzt auf das Schweizer Örgeli-Quartett, grossen Teilen zum Braun-Helen mit dem Titel Hallo Fans! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Applaus 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 Halsey Straub, der Komponist von diesem Titel, sitzt hier neben mir. Salih Halsey Salih Monika Wie haben sie die vier gemacht? Bist du zufrieden mit ihrer Interpretation? Ich würde sagen, sehr gut Schön für uns in der Natur Ja, sicher. Sie haben viele Kapazitäten der Ländler Musiker Du bist ja alle Kapazitäten immer noch, bist du über 80 Wie sieht es denn aus mit selber spielen? Ja, ich spiele immer noch, gerne Ich spiele gleich morgen wieder Und ich muss sagen Es ist jetzt ein bisschen mein Leben In diesen Tagen noch Musik geniessen und Musik spielen Und wie gefällt dir die Entwicklung der Volksmusik so klein? Gut, das ist eine gute Frage Eine heikle Frage Oder eine heikle Frage Wir sind natürlich Musikanten von früheren Generationen mit traditioneller, schöner Ländler Musik Und wird heute natürlich viel moderner gespielt Und jetzt ist natürlich klar Die Entwicklung von den jungen Musikanten, die wir haben Geht natürlich neue Wege Und das müssen wir heute akzeptieren Aber ich lebe heute noch mit der alten der schönen klassischen Ja, schon gut Aber wir wünschen dir noch viel Glück und gute Gesundheit Gell, dass du noch lange Musik machen kannst Danke dir Monika Vielen Dank Vielen Dank